Willkommen zurück beim Let's Plays Spore. Wir haben gerade unseren ersten Angriff überstanden. Schauen wir, wie es weitergeht. Jage 3 Jokoko, oder wie das heißt. Finde neue Teile, um dich weiterzuentwickeln, ist auch das nächste. Aber erstmal gehen wir erst futtern. Und jetzt sehe ich das da? Ah, ich sehe das auf der Map unten links. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schauen, diese unbekannte Spezies, ob das die sind, die wir da jagen sollten. Vielleicht finden wir noch was Schönes unterwegs. Ups, was war das jetzt? Was seid ihr? Ah, genau. Hilfe! Komm mir zu Hilfe! Ich weiß gar nicht, kann ich denn kämpfen? Ich kann nicht kämpfen. Boah, das sind Schlawine. Du wurdest im Kampf besiegt. Bist du verletzt, zieh dich in dein Nest zurück, um dich zu heilen. Nur, ich glaube, das ist zu spät für mich. Oh. Kann ich da nicht irgendwie ein paar Freunde mitnehmen? Das sind echt Scheißechen da oben. Ähm. Ähm. Na? Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt... Mach ich mal aggressive Haltung. Oh. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Komm mal mit. Ich bin immer noch zu weit weg, wahrscheinlich. Wo sind meine Freunde? Hallo? Freunde? Doch, ich schaff den, oder? Wieso kommen die denn nicht? Spreichen, springen. So, jetzt aber. Hohohoho. Wir haben gewonnen. Ich denke daran, dass Fleischfresser nur Fleisch und Pflanzen... Ja, ja, ja. Ist doch egal. Oh Gott. Der muss kotzen. Oh Scheiße. Holen wir den nächsten. Der haut schon ab. Komm schon. Tut hier nichts. Vielleicht. Vielleicht. Ja, da kommt Hilfe. Ja, Scheiße. Das kam nicht gut. Mist. Ja, ich weiss, ich wurde getötet. Aber ich frage mich echt, wieso kann ich da meine Kumpels nicht mitnehmen? Wenn ich das jetzt hier so einen verbündeten Ruf mache... Und das geht noch gar nicht. So, jetzt aber. Kommen die jetzt mit? Na, das sind doch solche... Na komm. Die sollten mich doch jetzt begleiten. Wie ist denn das? Du bist ein kleiner. Kann ich dich trüten? Na los. Rammen. Können wir auch. So. Jage zwei Troubar. Jage zwei Troubar. Sind das jetzt die Troubars? Uh, die sind schnell. Und weg sind sie. Komm schon, wir stehen. Du bist zu nah dran. Scheiße. Stirb. Ah, am Tocken. Strauge. Sehvermögen verbessert. Jetzt muss ich mal was futtern da. Ich glaub, regeneriert das auch Leben? Ja. Wenn ich da esse. Und wo sind die anderen hin? Einen brauche ich noch. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da ist auch noch so ein komisches Ding. Der hat acht. Der möchte Freundschaft schließen. Ich glaub, es machen wir. Lasst uns mal singen. Ja, genau. Verbündete. Auch wenn du hässlich bist. Ist ja egal. Da freuen sie sich. Hallo Freund. Du hast deinen Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzend über die Wiese hüpfen. Was du machst, machen sie auch. Die sind ja witzig. Die kommen jetzt mit, oder wie ist das? Nee. Ich muss da noch einen anderen Stamm erforschen. Ah, das sind ja auch unsere Freunde. Vielleicht geht's da irgendwie... Oh. Entschuldigung. Ach, der kommt mit. Das Rudeln. Das ist ja cool. Hier irgendwo muss doch jetzt der Stamm noch sein. Da, diese komischen... Oh, die sind ja Kno. Ja. Hallöchen. Der gefällt mir. Ich hab keinen Plan, dass ich pack'n Bus. Du hast kein Ziel. Nochmal. Verbündetenruf. Da kommt ja eh keiner. Irgendwie was hab ich da noch nicht richtig eingestellt wahrscheinlich. Na komm. Und mein neues Rudel-Mitglied hilft auch mit. Und wieder ein Token. Was macht das denn? Wir gehen mal weiter. Da finden wir was Schönes. Nochmal ein Token. Saurium. Sehvermögen. Wir müssen unbedingt jetzt uns paaren. Dass wir die neuen Sachen... Aber ich seh' gerade, wir haben gar nicht so viel. 52 im Budget. Das ist ein bisschen wenig. Was liegt da? Ah, den kann ich mitnehmen. Auch schön. Nimm mal mit. Wir haben ja Hände. Stimmt. Was gibt's denn hier? Oh, da kommen ganz viele Fragezeichen auf der Map. Schauen wir uns die mal an. Da ist noch was. Auch gleich holen. Schon wieder. Es geht voran. Das ist cool. Hallo. Wo seid ihr? Wow. Wie Tachen. Das ist cool. Hallöchen. Die Maxis. Oder wie heißen die? Gabruck. Jetzt haut er ab. Na? Wollen wir Freunde sein? Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Ich kann nur singen. Ah, jetzt denkt er auch. Geschafft. Und nochmal einen Toppen. Jetzt heißt es gar nicht, ob man... Oh. Die tanzen alle mit. Ah. Knochen. Was ist das? Unterknoten. Gesundheit. Kriegen wir da durch. Was hat es noch schönes Mal was essen? Da sehe ich da hinten auch schon gleich wieder... Freund oder Feind. Ich muss noch mehr essen. Noch mehr. Na? Uh. Ähm. Ich habe echt jetzt gar keinen Plan. Ich habe hier nur das Singen auf der 1. Ähm. Wie ich das hinzufügen kann. Na los. Geschafft. Und noch ein Tocken. Und noch ein Skelett. Hummerbeine. Ich glaube, wir machen uns mal auf den Rückweg. Ja. Finde neue Teile, um dich weiterzuentwickeln. Das sind ja dran. Das kann ich jetzt auch wieder mitnehmen. So. Was ist das? Da kann ich nichts. Hier lang geht's, Kumpel. Zu unserem Stamm. Zu unserem Stamm. Kennen wir schon. Ah. Und da hinten ist ein Skelett. Na los. Nehmen wir auch gleich mit. Jetzt bin ich ein bisschen gerade überfragt, wie ich das machen muss. Fetterle. Bezaubern. Okay. Damit ich da mehr ausführen kann. Ah, und da ist schon das Weibchen bereit für mich. So. Ein Liebestanz. Ein Liebestanz. Und da sind wir. Aber mit wenig Punkten. Mhm. Achso, ich musste die erst dann wegnehmen. Das haben wir jetzt alles bekommen. Beißen, singen. Sprinten, bezaubern. Wir müssen mal da was wegnehmen. So, verkaufen. Die finde ich eben noch cool da. Mal hier hin. Jetzt habe ich die Hände verkauft. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh. Scheiße. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Scheiße. Wieso mache ich sowas? Ach. Fangen wir da ruhig an. Ärmchen. Und ich weiß gar nicht, brauchen wir die noch? Nee. Das sind für Pflanzenfresser Wollbart, Knaul, Rabensang, meine Güte, keine Ahnung. Osterflipose. Osterflipose. Was auch immer das ist. Hä? Ah, das ist ja kum. Ja, wir machen das so. Das sieht dann fast aus, als hätte Wimpern. So. Und... Federkacker. Bezaubern. Säbler. Ja, ich glaube, wir brauchen sowieso irgendwie was noch zur Verteidigung. Jetzt nehme ich die hier mal weg. Stachel auch. Und... Oh, Keule. Bam. Hinten an. Und... Nee, das ist blöd. Hier noch. Unterknoten. Gesundheit. Rahmen. Rahmen. Rahmen Stufe 1. Den haben wir. Schla... Ja, wir machen das. Kann ich die hier? So. Und dann nehmen wir diese Flügelchen da weg. Die verkaufen wir. Und eigentlich möchte ich mal noch mit... Wo ist denn der Mund? Was ist das? Ah, ist das da? Pflanzenfresser. Okay, jetzt nehmen wir das weg. Das da hier. Okay. Ja, das ist ein Schweinchen. Hä, die Augen lassen, wa? Testlauf. Und die Farbe? Nee, ist ja hässlich. Ist ja voll hässlich. Ja, da muss ich auch lachen. Ja, das stimmt. Ähm... Wie sollst du denn aussehen? Ja, genau. Machen wir so. Ja, da hält die alle ab. Ja, da hält die alle ab. Ah, das neue Rudel-Mitglied ist auch dabei. Der kleine da. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Ja, und wie wir das machen, das seht ihr im nächsten Let's Play von Spore. bis dahin. Auf Wiedersehen! Ja.